Was in diesem Video passieren wird? Was geht denn ab? Niko hat einfach 50 Euro raus! Holy Crap! Und Leute, es fehlen noch... What? Wow! Fuck! Was? Meinige Geist du! Was? Wir haben 450 Euro raus! What? 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 Wow! Niko Hauli! Oh mein Gott! Was? Was? Bro, was geht denn ab? Alter Leute! Alter! Wow Niko! Holy Crap! Holy Crap! Leute! Leute, was zur Hölle? Oh mein Gott, Bro! Was geht denn ab? Saito, 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 Leute, wie viele Saito soll ich denn bitteschön machen? Egal wie viele ich machen würde, bis ich dort umkippe, Leute, das wär's nicht wert. Alter, Leute, also, wir haben die 223.000 Abonnenten geknackt. Wir sind kurz vor 2.500 Likes und holy crap, er hat gerade 500 Euro donated. Für jeden Euro ein Salto, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also, Leute, für 500, ich hau erst mal 5 Saltos raus, weil, keine Ahnung, ich will da jetzt nicht eine halbe Stunde beschäftigt sein. Vor allem, ich werd auch vorher tot umkippen, bevor ich, äh, boah, 500 schaffe. Alter! Okay, Leute, wir machen, ich mach jetzt einfach 5 Saltos. Erstmal, erstmal, Leute, das soll's noch nicht gewesen sein. For real. Kurz weggerutscht, Leute. Alter, meine Haare. Scheiß drauf. Wow. Leute, ich guck mir grad die 450 an und kann's einfach noch nicht realisieren. Der kommt gar nicht klar. Ja? Wie würdest du denn bitteschön reagieren, wenn du 450 Euro, eigentlich 500 Euro, donated bekommst? Alter! Großes Dankeschön geht raus, alle, die am Start sind. Leute. Ich weiß, ich kann nicht mal annähernd so viel zurückgeben. Ich muss mein Greenspan wieder hoch machen, Leute. Aber, ich bitte einmal wirklich an jeden, spammt den Chat voll mit Herbsen für Nico. Das ist einfach mehr als nur insane. Das ist geistig krank. Wow. Ich würde mich sehr über ein Abo von dir freuen, ein Like auf das Video würde mich auch sehr unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.